Und hier ist ihre Moderatorin, Anna Engel. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, herzlich hier aus Schloss Salem live zu unserer Weinprobe mit Magra von Baden. Ich freue mich auf spannende Gespräche, leckere Weine. Und was wir jetzt hier im Glas haben, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Das ist wunderbar, auch im Sommer auf der Terrasse. Für mich ist das Spaß im Glas, oder? Genau. Spaß im Glas an einem Abend, der Spaß macht, hier aus Schloss Salem in einem wahnsinnigen, historisch angehauchten, tollen Raum. Jetzt fällt mir noch eins ein. Als Moderatorin sucht man ja vorher ein bisschen Infos raus. Ist es jetzt die Torkel oder der Torkel? Oh, ja, wir hatten, wir hatten, das ist eine gute Frage, aber wir hatten vorgangener Zeit mal einen sehr belesenen Mann, der hat gesagt, der Torkelt und die Torkelt, also ist beides möglich. Okay, dann torkel ich jetzt mal zum nächsten Wein. Okay. Ich finde ja, zwischen Weihnachten und Silvester zu arbeiten, das ist nicht schlimm. Aber zwischen Silvester und Weihnachten arbeiten, das ist schlimm. Ich war gestern das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf einem Konzert und das tat so gut. Mein ganzer Körper hat sich einfach mal wieder mit Musik aufgeladen. Das Wetter heute ist ein bisschen wie mein Ex-Freund. Wechselhaft und weiß nicht so ganz, was es will. Sonne, Wolken, Wind und hier und da auch ein paar Regentropfen. Wer heute schon mal mit der Webcam zu mir ins Studio geguckt hat, hat auch schon gesehen, dass ich heute mein ganzes T-Shirt anhabe. Stand heute früh vom Kleiderschrank, wusste ja, ist Music Special Day mit den besten Rock-Songs. Und dann war auch schon klar, was ich anziehe. Denn für mich sind Guns N' Roses einer der besten Rock-Bands. Und das hier, der Song, mit dem Ihnen der Durchbruch gelungen ist. Und deshalb zu Recht einer der größten Rock-Songs aller Zeiten. Hier sind die Gunners mit Sweet Child on Mine.